willkommen auf dem kanal ich möchte euch vorstellen silo silage endlich ist er da wir haben alle lang auf ihn gewartet ich kenne einige und natürlich was braucht man dazu den ubikar mod von mord 2000 link findet ihr natürlich bei mir unten in der beschreibung und jetzt schauen wir uns dann gleich den muttern an also ist von toxikon mods farming simulator 2017 kostet 0 euro ein habe schon gekauft 0 euro unterhalt und für silage schauen wir jetzt gleich noch mal hier ja drehen wir gleich so dass entsprechend wo ist es jetzt ich möchte den drehen naja jetzt was ist jetzt warum will aber jetzt nicht drehen naja jetzt dreht falsche taste gehabt aber ist ja egal ist ja nicht so schlimm sehen dass das was kaufen kann es funktioniert da haben wir jetzt hier das eine hier hingestellt hier habe ich schon vorbereitet wie man sieht den ganzen hänger voll häckselgut wir steigen jetzt gleich hier in die krone big x 1100 ein lernen jetzt einmal hier weit über 50.000 liter häckselgut aus rein gehen 700.000 liter soweit ich gelesen habe das ist ja ein tropfen auf dem heißen stein jetzt da hatte ich mal die krone fahr erst mal die man hier weg der brauche eine gewisse zeit wie ich gelesen habe also ich glaube der macht die 150 liter oder irgendwas aber das sind wir ja dann gleich jetzt sieht man schon hier kommt schon die silage raus also ich habe jetzt schon hier 202 silage jetzt drin jetzt drehen wir mal die zeit vor und jetzt sieht man hier der hänger da wird rasend voll also bekommen jetzt die lage leider habe ich jetzt den spion da nicht an aber ist ja nicht schlimm ist jedenfalls ein super mod also mir gefällt das so und so der bleibt bei mir in meinem mod ordner drin weil manchmal ist doch vor allem wenn man das irgendwo hat wo wenig platz ist da kann man ja vieles reinhauen ja wenn euch das video gefallen hat dann schaut wieder rein würde mich natürlich freuen hiermit sage ich servus grüß euch euer franz